Björn Sengel hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das vorliegende Gesetz kann genauso gut den Namen tragen, Gesetz zur Stärkung der Verantwortungskultur, weil es leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der sozialen Marktwirtschaft, indem es eben das Scheitern auch großer, systemisch relevanter Banken ermöglicht. Gleichzeitig werden die Risiken für die Steuerzahler minimiert. Wie geht das? Das sind drei Punkte. Zum Ersten, wir haben ein mehrstufiges Verfahren, es wurde hier schon mehrfach angesprochen, was den Verantwortlichen in den Banken ermöglicht, zunächst auf der Basis der Freiwilligkeit, weil das eben auch zur Verantwortung einer Geschäftsleitung dazugehört, freiwillig einen Sanierungsbeitrag zu leisten. Und es ist vollkommen richtig, Herr Kollege Schick, wir setzen da auf die Freiwilligkeit, aber wir setzen zweitens hinten beim Thema Haftung einen weiteren Punkt in Richtung Verantwortungskultur, indem wir die Verjährungsfristen entsprechend verlängern. Weitere Punkt dazu ist, dass wir, sobald das Unternehmen staatlich gestützt wird, eben eine Sonderprüfung durchführen, die sich damit beschäftigt, ob es Verfehlungen seitens der Geschäftsleitung gegeben hat. Und ich denke, das ist schon ein ganz starker Anreiz für die Verantwortlichen, hier freiwillig Sanierungsmaßnahmen zu erreichen. Wir haben als dritten Punkt die Bankenabgabe hier geregelt, um eben die Risiken für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so weit wie geht zu minimieren. Diese Mittel werden eingesetzt, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Da geht es nicht darum, Banken zu stützen. Wenn jemand am Markt gescheitert ist, dann wird er entsprechend auch abgewickelt. Das ermöglicht dieses Gesetz. Folglich ist es auch nur logisch, dass alle Banken hier auch entsprechend einzahlen. Denn es geht nicht darum, einzelne Banken zu stützen, sondern eben darum, das gesamte System zu stabilisieren. Davon profitieren alle. Die Ausnahmen, die wir gemacht haben, die sind logisch. Da geht es darum, dass Förderbanken, dass die KfW, dass die Landwirtschaftliche Rentenbank im Übrigen auch, hier eben nicht einzahlen, weil diese Banken politisch gewollt Risiken eingehen, die auch vom Staat abgesichert sind. Es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, die einzubeziehen. Fazit. Dieses Gesetz wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, um zukünftige Krisen gar nicht erst entstehen zu lassen. Es stärkt die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, wo eben ein Scheitern auch dazugehört. Und es ist ein Gesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren, von dem wir meinen, dass alle zustimmen könnten. Die Sozialdemokraten werden sich ja enthalten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist so ein bisschen wie der Anhalter, der ein schwarz-gelbes Auto vorbeifahren lässt, weil er auf ein rotes wartet. Das ist nicht akzeptabel in diesem Bereich. Überdenken Sie das noch mal. Herzlichen Dank.